Was? Oh, bist du auch tot? Ja, Lukas hat sich erwischt. Eigentlich nicht. Nun gut, ja gut. Warum auch immer. Oh Gott, ey. Kann doch nicht angehen. So, hier liegt ein Präzisionsgewehr. Das will ich doch eigentlich gar nicht haben. Das ist doch total doof, oder nicht? Moment, muss nachladen. Obwohl, vielleicht ist das gar nicht so doof, dass ich jetzt diesen Blutrausch bei diesen Gegnern auslöse. Och Gott, geh weg, Zombie. Geh bloß weg. So. Ich hab da jetzt mal zwei Granaten rüber geworfen. Ich weiß nicht, ob ich da bei denen man ausgelöst hab, eventuell. Ich weiß es auch nicht, du. Ja. So, ich hab immer wieder mein schweres MG hier aufgehoben. Och, ich blute. Leide Wester. Das ist das Beschissenste, was dir passieren kann, ja. Och Gott, und ich bin grad umzingelt von Zombies. Hilfe. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das einzige, was wir hier jetzt wirklich grad machen können, ist ganz weit irgendwo wegrennen. Ich hab die Zombies geblendet, Baller drauf. Ich hab was ganz besonderes für euch auf Lager. Und wir sollen uns vielleicht auch hinter diesen Teilen hier verstecken. Besonders hast du schon mal mitbekommen, was diese Botschaft an uns ist? Also, ich hab das irgendwie noch nie gesehen. Vielleicht sterben wir deswegen ja immer. Ja. Konzentrieren hier. Ich renne hier auch gerade, ehrlich gesagt, ganz weit hinter diese ganzen Trucks und so weiter. Man kann sich hier wunderbar von hinten reinstellen. Weil hier, hier kommt, hier kommen die Zombies aber nicht hoch. Aber wir können die so abschießen. Ja. Wie gesagt, das einzige, was Leon da grad macht, ist, der steht da oben und ballert auf uns. Und wir müssen jetzt da hinten unter ihm irgendwie hinrennen. Aber da sind auch Spezialeinheiten, Leute. Die verdammt auf den Sack hauen können. Scheiße. Oh nein. Jetzt hat er mich, er hat mich ausgeschalten. Leon. Ich komm zu dir. Moment. Och, hoffentlich kann ich dich da wieder beleben. Ich bin infiziert. Ich fühle es. So. Okay. Ja, Specter ist da gerade wirklich fressen. Der ist da zwischen allen Zombies wirklich. Der wird auch grad selber zum Zombie. Aber du, ich glaub, wir müssen ehrlich gesagt was machen. Weil ich steh hier grad wieder zwischen ganz vielen Zombies. Das geht einfach gar nicht. Ich komm auch immer wieder neu. Ich komm hier auch nicht runterspringen. Ich komm hier nicht runter. Ich bin tot. Ja, ich auch. Wie gesagt, äh, das bringt nix. Wir müssen das, wir müssen sofort zu diesem Umbrella-Logo hinlaufen. Okay, dann probieren wir das jetzt. Einfach hin da. Weil das, was wir grad ausprobiert haben, das geht irgendwie gar nicht. Einfach hin da. Wir müssen uns auf diese Spezialeinheit-Typen hier grad voll drauf halten. Eine Granate! 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 Ja, keine Schock. Wir müssten nämlich alle... Du bist ja jetzt grade gestorben. Ja, wir müssten nämlich alle Spezialeinheiten töten. Das wird's noch sechs. Granate! Granate! Eine Granate! Och Gott, du warst aber auch verdammt weit vorne. Ja. Jetzt könnten wir nämlich hier dueln. Versuchen wir mal hochzuholen, das geht schon, das dauert nicht so lang. Dann hab ich was ganz Besonderes für euch. Ich hab's grad noch versucht. Bin aber gestorben. Weil so ein fetter Zombie mich angegriffen hat. Wie hat mir da durchgesorgt? Geht das von alleine auf? Ja, das geht... Von alleine geht das irgendwann auf. Dann wird das so aufgebrochen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen weiter hinten stehen. Auf die Spezialeinheit-Typen brettern. Ja, eigentlich schon. Warten, bis das da aufgeht. Und uns von den Zombies eigentlich... Nichts anmerken lassen irgendwie. Ach Gott, ihr fetten Zombies! Weißt du, ich bin unsichtbar und der Typ greift mich trotzdem noch an. Was'n Arsch. Frauedeckung! Ach nein, nicht wieder diese Zombies. So. Ist da hinten jetzt offen? Weiß ich nicht. Ich glaub da hinten ist offen. Ja? Ja, da hinten ist offen. Okay, komm ich. Wir laufen. Was ganz besonderes für euch auf Lager. Aber die Spezialeinheiten sind doch da. Vorsicht! Ja, genau. Und die müssen wir jetzt nämlich noch abschießen. Hier ist meine Botschaft an Umbrella! Erschießt sie! Ich blute sehr stark. Ja, ich blute sehr stark. Ja, toll. Och Gott. Och Gott. Och Gott. Eine Granate. Ja, eine Granate! Ja, danke. Schmeiß mich wieder in alle Zombies rein. Ich bin tot. Warte kurz. Also so gut wie. Warte. Ich steh grad neben dir. Nimm dir jetzt gleich bloß Deckung. Ich bin tot. Ich lieg direkt hinter dir. Versuch nicht von Leon getroffen zu sein. Oh Gott. So. Freaky, ich glaub wir können durch. Okay, dann probieren wir das jetzt. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Warte mal, ich bin an der Leiter, ich bin an der Leiter. Ich blute. Die Blutung hört nicht auf. Ich bin auch da bei dir. Und hoch. Ich bin auch an der Leiter. Wir haben's. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist das kleine Mädchen? Claire! Nimm Sherry! Verschwindet von hier! Claire, nein! Bring mir das Birkin Mädchen! Sonst lassen wir uns viel Zeit mit dem Kopf! Los! Okay! Wir kommen! Tut ihm nichts! Beeilt euch! Das ist also die Claire. Warum macht ihr das? Für Umbrella? Für Geld? Was springt dabei für euch aus, he? Hey! Du bist gerade bei einem interaktiven Video gelangt. Um die Story weitergehen zu lassen, wähle deinen eigenen Pfad. Mach die Anmerkungen an, die ihr unten rechts anklicken könnt. Das ist die rote Sprechblase. Wenn sie nicht aktiv ist, ist die graue Sprechblase. Und klickt einfach auf eins der beiden Möglichkeiten. Dannbind drauf! Moin Leute, wie ich sehe seid ihr am Ende des Videos angelangt. Und ich bin jetzt eigentlich der Typ, der hier jetzt noch aufräumen muss. Ihr könnt jetzt an der Seite dort noch die alten Videos angucken. Sonst hinterlasst doch einen Kommentar, eine Bewertung Oder abonniert mich Unten hier seht ihr auch nochmal die Social Networks Wo ich verlinkt bin Und sonst würde ich sagen Brain over and out Tschüss